Wird schon schief gehen. Den habe ich noch nicht gesehen und den kleinen Groot fand ich am lustigsten. Haha. Ich mag Rocket. Was ist das? Ist das ein Waschbär? Waschbär? Irgendein Nagetier ist es jedenfalls. Es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig gute Science-Fiction-Filme im Moment. Guardians of the Galaxy ist ja noch einer der besten. Von dem ich zum Beispiel sehr enttäuscht war, war Independence Day. Ich fand den ersten so super gut und den zweiten... Puh. Ich will hier nichts spoilern, wer den noch nicht gesehen hat, aber ich weiß nicht. War okay, aber hat mir da tatsächlich mehr erhofft. Okay, wenn die Tyker-Span haben, haben die vielleicht irgendwas im Sinn. Ich kann... Me too. Ich bin bereit. Aber ich würde gerne meinen Main spielen. Und hier ist mein Main. Hier ist mein Main. Hier ist mein Main. Die Z-Tank und hier. Grey Main, okay. Nichts hält den Schwarm auf. Geladen und entsichert. Gut, das müssen die unter sich ausmachen. Meine Klingen gehören euch. Fast gar moment. Das ist halt so ne... Ich hab mir heute vorgenommen, nicht... Nicht... Ich will einfach nur spielen und ein bisschen Spaß haben. Wenn ich verliere, dann ist es halt so. Ne, dann ist es halt so. Ich kann das auch nicht ändern. Das ist halt zum Beispiel so ne Sache, ne... Die... Warum sprechen die beiden nicht miteinander? Die hätten sagen, hey, willst du Greyman spielen? Soll ich Greyman spielen? Hm, vielleicht du? Hm, hm. Hm, das ist immer so schade. Warum haben die Leute Angst, miteinander zu sprechen? Das verstehe ich halt immer nicht. Spielt ihr auch Heroes und... Und sprecht ihr mit den Leuten im Chat? Das würde mich echt mal interessieren. Sprecht ihr mit den Leuten in der Lobby? Oder... Oder nehmt ihr das einfach hin, was die... Was die nehmen... Was die machen? Und wollt einfach nur spielen? Nicht auch hier oder Tassabar. Yes. Überhaupt. Tassabar. Das Licht lässt niemanden im Stich. Bereit für den Kampf! Hoffnung besteht immer! Spiel'n wir Auriel? Was sind Auriel? Wut be great. No match? Dieses Reich braucht mich. Dangerous. Yes! Mach Platz für die bösen Wut! Wie du in die Welt? Geist. Gute Einstellung. Je nach meiner Stimmung. Meistens versuche ich mit den Leuten zu sprechen. Sag mal so, gute Einstellung. Ich habe die Einstellung leider immer zu spät. Ich werde immer zu salzig. Und lasse mich davon anstecken, von den ganzen toxischen Gehabe. Das ärgert mich im Nachhinein. Das hat mich zum Beispiel gestern auch so geärgert. Den Stream kann man sich ja immer noch anschauen. Könnt ihr mal reinschauen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich lag dann auf dem Abend im Bett und habe mir gedacht, meine Güte, ey, du bist doch so ein Idiot. Das gibt mir jedes Mal, wenn mir das passiert. Ich ärgere mich immer so krass über mich selber. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum ich das mache. Aber ich mache es. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich kann es nicht erklären. Es ist dieser ständige Drang, mich selber zu beweisen, mir selber zu beweisen, dass ich besser bin, als der Rang aussagt. Aber muss ich das wirklich sein? Das ist halt die große Frage. Man hat halt immer Angst von den Leuten, die zuschauen, halt, keine Ahnung, geflamed zu werden und als der größte Vollidiot auf Erden dargestellt zu werden. Dass man hat dann auch mal diesen Druck, eigentlich besser zu sein, als man überhaupt dargestellt wird, vielleicht vom Spiel. Das ist halt echt immer schwierig. Also so geht es mir persönlich immer. Sonja Solo Top on WeRoom mit Bot. Guys, I'll be stay off the tank and follow my rules, bitte. Okay. Ich gehe schneller als Schwung. Oh nein. Ich habe immer das große Problem mit Auriel, dass ich sehr, sehr schnell nicht sehe, ob meine Dienstwurms ready sind. Ich gehe schneller als Schwung. Ich bin halt echt schlecht, was das angeht. Ich habe immer 100% Hope und merke, dass es mir immer 3-4 Sekunden zu spät. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Tötet diesen Scharlatan. Tötet diesen Schraine you to even need to see today. Hast du ja mal Gold mache, dass wir in der Jahre gut gehen, dass sie lange sein sollten? Ich will gerne regelmäßig überset mit buch numbnen und vorbereiten den Chinas. Ich muss jetzt jetzt mit noch Yirken rauchen. Look, das logs меня für uns. Ok, ich stehe wieder hoch. Scheiße. So ist es bestimmt. Ich werde nicht warten. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Oh. Welt ein Talent. Tolle Technik. Ein weiterer Schritt auf den Weg zu haben. Welt ein Talent. Oh. Gut ausgeführt. Holy shit ey. Oh nein. Gut gemacht Heiler. Lasst eure Feinde brennen. Die Erlösung steht bevor. Ich muss mich zurückziehen. Ich werde nicht warten. Ich bleib immer hinter Arthur stehen. Ich werde nächstens dieses Gefeindes nicht zurückgehen. Fuck. Ich bin erst jetzt 7. Nein! Das macht 3! Ein guter Cut. Verdammt Heiler. Ihr seid voll in Fahrt. Nein! Das meine ich halt, ne? Diesen verdammten Fehler. Nein! 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 Diesen verdammten Fehler. Dann darf die halt nicht passieren. Das auch hier. Chat aus. Was hat denn Li Ming davor? Macht die Solo? Ha. Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Ich bin wieder gesund. Du musst dir mit Aureo bleiben. bald werden die schreine erwachen mit klarem ziel scheiße oh fucking hell ist dann verkackt aktiviert die schreine nehmt die macht des drachenritters in anspruch euer übel endet hier scheiße ich bleibe bei dauer für immer ich gebraucht werde für die welt ein talent kristin aegis oh nein ja 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 ich bin so schlecht äh ja fuck er hat es nichts jetzt neuer übel endet hier dein ohne fucking hell Wow, überlebt das gerade so? Und so ein Mungo auf Auriel. Wo immer ich gebraucht werde. Oh, der übel Engel. So ist es bestimmt. Ich fühle mich gestärkt. Was geflame, geht wieder los. Oh je. Ah, fucking hell. Ich hab's versucht, jetzt muss ich gucken. Nichts als Asche übrig bleiben. Prinzessin Low. Ja, was willst du machen? Ich halb mich an Valar. Shit aus. Ich weiß nicht. Die Hoffnung ist ein ewiger Quell. Harmonie in allen Dingen. Und zertrümmert. Hey, das war unser Vor. Hey, da habe ich mir damage gemacht, ja. Holy shit. Oh, fuck. Boah. Ich bin überfahrend. Ich bin so überfahrend mit Auriel. Holy shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Jawohl. Ha! Ha! Oh, fuck. Eine würdige Aufgabe. Spoiler alert. Ich bin nicht gut mit Auriel. Oh, please. Mein Seelen soll euer Schild sein. Gut, ausgespielt. Macht erfüllt die Schweine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Fürchtet euch nicht. Ich kehre wieder. Oh nein, wir haben ein Vor verloren. Wille mehr Angesgeschwindigkeit. Wieso? Oh, er ist nicht gut mit. Oh, nein. Es ist nicht gut. Oh, der dafür da ist eigentlich gut mit Auriel. Nein! Warum, warum? Komm, was ist denn hier? Das geht ja gar nicht Ich werde nicht wanken Ich sollte den Rückzug antreten Eine würdige Aufgabe Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich gerade nicht darum kümmern kann was der Arthas die ganze Zeit schreibt. Er mag ja recht haben Verpiss dich, man So ist es bestimmt Tolle Technik Gut gemacht Ein ausgezeichneter Schlag Dinge Ich lebe sie Verdauung auf die Hoffnung Ich habe gerade keine Hope, um sie zu zu dingsen Oh nein, ich habe Angst, dass sie jetzt stirbt Oh fuck, ich habe es gewusst Das ist ja um die Ecke gefahren Ich brauche halt Hope und zu erdringen What the fuck Nein Mein Werk ist noch nicht vollendet Bäh Oh Gott Oh Gott Wahnsinn, ihr habt so viele erledigt Hm Hm Der Arthas hat recht Davon mal abgesehen Vala ist jetzt auch nicht das Problem Die Sonja Obwohl der Arthas auch schon die ganze Zeit am Ja gut Er lässt sich halt auch wieder hinreißen Sonja Shut up We haven't Done anything in this game Kill die Tumore Ja Wär vielleicht besser Ich bin einfach zu überfordert You could follow me Okay Der Faden ist fliegen Ich weiß, ich habe eh gestritten da Wenn wir zeigen Die Schreine erwachen erneut Wer wird den Drachenwetter beherrschen? Erwischt Erwischt Unser Faden Unser Faden wurde zerstört Oha Unsere Zitadelle wird angegriffen Ich bin bereit wieder auf die Jagd zu gehen Befreit den Drachenritter Und bringt euren Feinden Und bringt euren Feinden den Tod Die Erlösung steht bevor Wer ist ein Talent? Hey, die greifen unsere Zitadelle an Wo immer ich gebraucht werde Ich werde mich wanken Oh Gott ey, das wird so eine Scheiße hier werden So ist es bestimmt So ist es bestimmt Hey Vorher wachsen nicht auf Bäumen Oder doch Meine Wohnung ist ein Teil Bleiben Die Haufen ist zurückgekehrt Oder Die Haufen ist zurückgekehrt Die Haufen ist zurückgekehrt Die Haufen ist zurückgekehrt Oder Die Haufen ist zurückgekehrt Was ist die echte? Was ist die echte? Die Drachen werden wieder herrschen Gut ausgeführt Oh ne, ist sie doch tot, oder? Ich bete, dass wir dieses Mal Frieden finden Hau nie in allem Leben Wie lange von Almayesh ergreift Oui Weiter so Ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich überhaupt gar keinen Plan habe, wie es gerade so mit uns steht. Ich bin nur damit beschäftigt, meinen W auf cooldown zu halten. Das ist so überfordernd für mich, mit Auri zu spielen. Aber auch so ungewohnt, weil ich Auri eigentlich so gut wie ich nie spiele. Asama hat mega verschwendet, aber besser volles Leben als kein Leben, oder halbes Leben, oder viertel Leben. Was ist mit oben? Wollen wir Keep holen? Das klingt nach einem guten Plan, oder? Also nur falls habe ich Schild der Hoffnung. Die Nacht der Schreine wächst. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Ha! Ein Vorwieniger! Hey, die greifen unsere Zichtabelle an! What the fuck! Die Sonja! Oh, das war schlecht. Sonja ist tot. Die lebt ja immer noch! Sonja? Die lebt ja immer noch! Sonja? Die lebt ja immer noch! Die lebt ja immer noch! Höhe! Die lebt ja nicht. Jetzt, bis zu den Farben. Jetzt wie jetzt da gehts noch besser! Und das tut uns gut. Hat gerade ne? Auch nicht gibt es drei. isfit ginge immer mehr unterbaust oder sie � 어�方ман? Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott... Oh! Habt Vertrauen, dann wird euch kein Leid geschehen! Nein! Eine Sekunde zu spät! Hm. Wahnsinn, ihr habt so viele erledigt! Hey, die greifen unsere Zichtadelle an! Ah, Sonja, wirklich... Silence, look your score. Speak after. Oh, you play all time with our team. Oh, eine Niederlage. Die Stimmung kippt fast auf Sorti. Oh, oh, Uli. Halt an deiner Einstellung fest. Das Geflame von Arthas bringt halt nichts, auch nichts. Aber ehrlich gesagt, ich wäre auch angefressen, wenn die Sonja sich weigert, Solo zu lanen. Naja, du bist jedenfalls echt nicht schlecht mit Aurie, naja... Ich bin halt überfordert gewesen mit Aurie, das ist halt... Ich spiel sie halt nicht so oft. Ich bin ja dabei, die hätten besser laufen müssen. Ich hab jetzt gerade am Ende hätte ich die Waller wahrscheinlich retten können, wenn ich vorher Schild der Hoffnung gemacht hätte und nicht eine Sekunde später. Oh nein, ich kann dagegen nichts machen, ey. Es wird wohl wieder Silber werden. Nach einem Jahr mal wieder Silber. Ich muss zugeben, dass ich gestern auch, weil ich so sauer war, absichtlich die Queue verlassen habe, um absichtlich Punkte nach unten zu... Also abzusteigen. Ich hab das ja extra gefördert. Naja, der Heal war glaube ich nicht so schlecht. Mein Problem mit Aurie sind zwei Dinge, die ich gerade wieder gemerkt habe. Ich schaffe es nicht, ein zweites Auge auf meinem Balken zu haben. Und ich treff kein Stun mit dem E. Das muss halt beides funktionieren, damit du Value mit Aurie bekommst. Ich meine, der Heal Output war glaube ich okay. Das geht sicherlich noch ein Stückchen besser. Aber... Naja... Schwierig. Die Vala war okay. Sony hat ein bisschen komisch gespielt. Der Ardis hat eigentlich ganz gute Calls gegeben, aber es hat halt nicht sein sollen. Am Ende des Tages verlierst du dieses Game wieder. Und ich kann dagegen nichts machen. Ich bin halt nur 20% Winchance. Meine anderen Teammates sind die anderen 20%. Kann halt nichts dagegen machen. Ich kann den Abstieg glaube ich nicht abwenden. Naja...